Die Gefahr besteht, dass wir in einen heißen Krieg hineingeführt werden. Das Fundament der Klimapolitik ist der Glauben. Die Politik der Deindustrialisierung, praktisch eine Neuauflage von Hexenprozessen, das Mut für Deutschland einzutreten und dass wir sofort in der Lage wären, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die Bundesregierung hat es wirklich geschafft, uns von unserem wichtigsten Rohstoff- und Energielieferanten abzuschneiden. Das Spiel mit einem Blackout, wir brauchen den Druck der Straße. Herr Höcke, vielen Dank, dass Sie heute hier im Thüringer Landtag dem Deutschlandkurier für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Wie lautet Ihr politisches Resümee dieses Jahres? Herzlich willkommen, lieber Herr Bendel, zum Thüringer Landtag. Das politische Resümee für dieses Jahr fällt aus der Sicht des Oppositionellen natürlich sehr negativ aus. Fast möchte ich den Begriff katastrophal verwenden. Nach den Schikanen des Corona-Regimes, mit dem das, ich muss fast sagen, das Regime von einer Regierung, mit einem entsprechenden adäquaten Regierungshandel, kann man ja gar nicht mehr reden. Deswegen, das uns gerade als Opposition stark zugesetzt hat, weil unsere politischen Wirkungsmöglichkeiten natürlich eingeschränkt waren, dachten wir, es kann nicht schlimmer kommen. Aber tatsächlich kann es noch schlimmer kommen. Das hat das Jahr 2022 gezeigt. Die Bundesregierung hat es wirklich geschafft, uns von unserem wichtigsten Rohstoff- und Energielieferanten abzuschneiden, hat es wirklich geschafft, sich in einen Konflikt hinein manövrieren zu lassen, der nicht der unsere ist und setzt jetzt auch noch nach, dahingehend, dass man den Kampf gegen die einzig wirklich verbliebene Opposition und dass es die AfD mit einer Härte führt, dass aber immer mehr Menschen im Lande erkennen, dass das unverhältnismäßig ist und dass wir jetzt mittlerweile die Grenzen des Rechtsstaates von Seiten der Regierung überschritten haben. Keine gute Entwicklung und ich erwarte für 2023 eine weitere Verschärfung. Vor welchen politischen Herausforderungen steht Deutschland im kommenden Jahr 2023 aus Ihrer Sicht generell und vor welchen Stürmen und Wirren steht vielleicht auch Ihre Partei, die Alternative für Deutschland im kommenden Jahr? Also erstmal muss man klar analysieren, dass die Gefahr besteht, dass wir in einen heißen Krieg hineingeführt werden als Bundesrepublik Deutschland. Die Gefahr ist noch keineswegs gebannt, nur weil man sich in gewisser Weise schon an diesen Kriegszustand im Osten Europas gewöhnt hat. Ich bin da nicht optimistisch, was die Bewertung dieses Konfliktes angeht und den Eskalationswillen der Bundesregierung bzw. auch unseres großen Bruders jenseits des Atlantiks. Da wird noch viel Druck aufgebaut werden, damit dieser Krieg wahrscheinlich sich noch weitet und heißer wird. Die Sorge habe ich. Das ist natürlich die größte Sorge, weil Krieg ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ansonsten wird es weitergehen mit dem Ablegen der Freiheitlichkeit im Bundesrepublik Deutschland. Das hat natürlich was mit dem Kampf gegen die einzige Opposition, die einzige relevante Opposition zu tun, dass die AfD, wir haben vor kurzem vernehmen müssen, dass ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der einen unteiligen Dienst im Rahmen seines Richteramtes ausgeübt hat, nicht mehr zurückkehren kann in den Richterdienst. Ich rede hier vom Urteil des Leipziger Dienstgerichtes gegen Jens Mayer. Ein klares Indiz dafür, dass das freie Mandat zur Disposition steht und damit eine wesentliche Säule auch des Parlamentarismus. Die Innenministerin überlegt, sich die beweislafte Umkehr einzuführen, was dann praktisch eine Neuauflage von Hexenprozessen des Mittelalters bedeuten würde. Also die Hetzjagd auf die Opposition wird noch zunehmen. Die AfD ist im Augenblick gut positioniert. Das heißt insofern, dass wir inhaltlich klar dagegen gehen und dagegen stehen, gegen die großen Politikansätze der Altparteien-Koalition. Die sind ja in den wesentlichen Politikfeldern mit einer Meinung und einer Stimme unterwegs. Ob das jetzt die Außenpolitik ist, die Energiepolitik ist, die Einwanderungspolitik oder die Gesellschaftspolitik, wir stehen dagegen und erheben die Stimme der Vernunft. Und die Partei erscheint mir geschlossen und ist gut aufgestellt. Wir haben, glaube ich, mit dem letzten Bundesparteitag hier nochmal einen richtigen Impuls setzen können. Und ich hoffe, dass wir so stabil bleiben und dass wir vor allen Dingen als Einladen nach außen stehen bleiben, auch wenn der Druck sich noch erhöht. In Ihrer Haushaltsrede zum thüringischen Haushalt 2023 sagten Sie, dass die CDU Thüringen das Wuchern der Asylindustrie und linken Fanatismus befördern würde. Wie kommen Sie auf diesen Vorwurf gegen die CDU? Der Hintergrund ist, dass wir in Thüringen eine Minderheitsregierung haben. Sie ist Ende Oktober 2019 von den Thüringern mehrheitlich abgewählt worden. Die Thüringer wollen kein weiter so mit Rot-Rot-Grün und mit Bodo Ramelow. Es liegt in der Hand der CDU, eine konstruktive bürgerliche Politik für Thüringen zu machen, eine Politik des gesunden Menschenverstandes. Man weigert sich, man kooperiert mit Rot-Rot-Grün. Man ist sich, so scheint es, auch inhaltlich einig. Also Rot-Rot-Grün regiert hier mit denselben Politikansätzen, die die Transformation des Rechtsstaates in Richtung Linksstaat vorsehen, wie 2019, als sie noch die Mehrheit hatte. Und die CDU ist ja ein williger Vollstrecker von Rot-Rot-Grün-Ideologieprojekten. Das konnte man in diesen Haushaltsverhandlungen sehr deutlich sehen. Also mehr Einwanderung, mehr Multikulti, Kulti, mehr linksgebürstete Ideologieprojekte, die Vereinskultur und Struktur wird weiter finanziert. Das heißt, Thüringen geht weiter den Weg in den Linksstaat. Sie sagten in Ihrer Haushaltsrede auch, ich zitiere, dass mit dem Windradwahn die Altfraktionen oder die Regierungsfraktionen in dem Fall Milliarden Euro an Steuergeldern verschleudern würden. Könnten Sie das vielleicht konkretisieren? Ja, die sogenannte Klimapolitik ist ja nicht nur ein Fass ohne Boden, sondern hat ja auch kein naturwissenschaftliches Fundament. Das Fundament der Klimapolitik ist der Glauben. Aber Glauben, so stark ich einen Wertschätzer hat in der Politik, nichts zu tun. Man muss klare Interessen definieren und man muss versuchen, über pragmatische Politik Interessen durchzusetzen. Die Klimapolitik liegt nicht im Interesse Thürings. Mehr Windräder bedeutet eine enorme Landschaftszerstörung, was dem grünen Herzen Deutschlands auch touristische Nachteile bietet. Mehr Klimapolitik, mehr Windräder bedeutet mehr Flatterstrom, bedeutet auch letztlich das Spiel mit einem Blackout, dem wir in Thüringen mittlerweile sehr nahe gekommen sind, in Deutschland sehr nahe gekommen sind. Nur die AfD hält dagegen und erklärt immer wieder, dass eine Energiewende gegen die Physik nicht möglich ist. Aber nach wie vor setzen die Altparteien und ihre Fraktionen in den Landtagen und im Bundestag auf das Windrad hat, als Rückgrat der Energieversorgung. Und das ist ein Scheitern mit Ansage. Kommen wir nochmal auf die Bundespolitik zurück. In den bundesweiten Umfragen steht die AfD im Moment sehr gut da. Dennoch ist es ja so oder war es in der Vergangenheit so, dass die AfD in Mitteldeutschland, beispielsweise hier in Thüringen, in ihrem Landesverband, weitaus bessere Wahlergebnisse erzielt als im Westen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ja, das ist sicherlich multikausal einzuordnen. Wir haben eine andere Mentalität in Mitteldeutschland. Die Menschen haben noch die Diktaturerfahrung. Sie sind sensibel, was die Transformation der Demokratie angeht. Den Weg in den Linksstaat, der offenkundig ist, das nehmen sie sehr deutlich wahr. Und dagegen opponieren sie, beziehungsweise sind auch bereit, Opposition zu unterstützen, die stigmatisiert wird und die von den Regierungen auch über den Inlandsgeheimdienst entsprechend attackiert wird. Das heißt, wir haben eine offenere Meinungskultur in Mitteldeutschland. Aber ich denke, dass wir auch eine sehr gute politische Arbeit machen. Also wir halten sowohl parlamentarisch auf einem sehr hohen Niveau dagegen, zeigen den Menschen auch über eine gute Sachpolitik, dass wir eine Alternative sind und dass wir sofort in der Lage wären, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, die Haushaltsdiskussion heute und in den letzten Wochen hat auch dazu beigetragen. Zusätzlich denke ich, dass wir als Landesverband Thüringen eine gute Strategie fahren. Wir sind offen dem Vorfeld gegenüber. Wir wissen, dass nur die Arbeit im Parlament nicht ausreicht, um die politische Wende einzuleiten. Wir brauchen auch die Straße, wir brauchen den Druck der Straße und wir arbeiten mit den konstruktiven Kräften auf der Straße auch zusammen. Das ist der Thüringer Weg, das ist der Weg der anderen mitteldeutschen Landesverbände. Und das ist der richtige Weg. Abschließend die Frage, Ihr persönlicher Wunschzettel für 2023 für Deutschland und für Ihre Partei, für die AfD. Was wünschen Sie sich für Deutschland? Was wünschen Sie sich für die AfD? Ja, wie gesagt, wie ich das eigentlich schon eingeordnet habe, also ich bin da fast bescheiden, möchte ich sagen. Ich möchte, dass die Politik in Deutschland, auch wenn ich da gar keine Hoffnung mehr habe, also die Regierungspolitik in Deutschland, die Regierungspolitiker erkennen, dass das, was hier betrieben wird, der Konflikt in der Ukraine, die Eskalation gegenüber Russland, ein Spiel mit dem Feuer ist. Ich wünsche mir Frieden für Deutschland und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Politik der Deindustrialisierung, die auf vollen Touren läuft, doch noch eingebremst wird, doch noch eingefangen werden kann. Dazu braucht es den Widerstand auf der Straße, dazu braucht es den Widerstand, aber auch der Institutionen, der Handwerkskammern, der verschiedenen Industrieverbände. Es braucht mehr Mut, auch in den Wirtschaftseliten dieses Landes endlich die Stimme zu erheben und deutlich zu machen, so geht es nicht weiter. Wir folgen euch nicht mehr bei dieser Regierungslinie. Das wünsche ich mir, ein allgemeines, großes Wachwerden und Mut für Deutschland einzutreten, weil wenn wir jetzt nicht bald die politische Wende kriegen, dann ist das wirklich finis Germania, das Ende Deutschlands. Herr Röcke, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Vielen Dank.